Weltweit sind Metrom-Produkte in der Forschung, im Umweltschutz und bei der Qualitätskontrolle an vorderster Front im Einsatz. Das Geräteprogramm bietet höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Die Metrom ist der einzige Hersteller, der die gesamte Palette der Ionenanalytik anbietet. In der Ionen-Chromatographie gehören wir zu den führenden Anbietern und sind die Nummer zwei auf dem Weltmarkt. In den Analysetechniken Voltametrie und Titration sind Metrom-Produkte weltweit die Nummer eins. Der Hauptsitz der Metrom AG befindet sich in Herisau, im Nordosten der Schweiz, mitten im einzigartigen Appenzellerland. Hier beschäftigen wir über 360 Mitarbeitende. Davon sind mehr als 100 Spezialisten in der Entwicklung tätig. Die enge Teamarbeit zwischen Konstrukteuren, Elektronikern, Chemikern und Software-Spezialisten ist für den innovativen und kreativen Erfolg entscheidend. Die hohe Fertigungstiefe in der Produktion ermöglicht ein umfassendes Angebot von über 75 eigenständigen Messgeräten für die Labor- und Online-Analytik. Flexible Arbeitsabläufe garantieren Innovationskraft und Lieferbereitschaft und erlauben schnelles Reagieren auf spezielle Kundenwünsche. Die lückenlose Kontrolle aller Komponenten gehört zu unserem Erfolgsrezept. Dauertests sowie 100%ige Funktionskontrollen der fertigen Geräte sind Standard. Qualitätsprodukte mit einem vernünftigen Anschaffungspreis und niedrigen Unterhaltskosten. Spezialisierte Chemiker in den Bereichen Ionenchromatographie, Voltametrie, Titration und Automation unterstützen unsere Kunden bei der Suche nach analytischen Lösungen. Unsere erfahrenen Experten führen weltweit Produkteschulung für Kunden und Verkaufspersonal durch. Die technischen Unterlagen der Teachware-Abteilung werden in der eigenen Druckerei produziert und sind über aktuellste Angaben im Internet abrufbar. Die METROM ist heute in über 120 Ländern der Welt tätig. Ein modernes, ISO-zertifiziertes Unternehmen mit weltweit 1100 Mitarbeitenden. In den 43 wichtigsten Märkten sind wir mit Tochterfirmen oder Joint Ventures präsent. Andere bedeutende Märkte werden durch Exklusivvertretungen betreut. Weitere Staaten erhalten von Drittländern die nötige Unterstützung. Die METROM – ein führendes Unternehmen am Puls der Zeit. Kundenorientiert, modern, flexibel und mit kreativen Lösungen für jeden Anwendungsbereich.